Hallo, hier ist der Martin von Manne Mankees, das ist die DAX-Analyse für den Mittag, den 13. September 2023. Und unser Esel ist hier wieder ein Stückchen nach unten gezogen worden. Wenn wir uns das angucken, was wir sehen wollten, können wir festhalten, dass wir betont hatten, dass mir das Montagshaus sehr wichtig wäre. Insbesondere eben, um jetzt hier zu zeigen, dass er weiterkommen will. Wir hatten darüber gesprochen, wenn er sich über den Montagshaus etabliert bekommt, wenn er sich da drüber drückt, ist er relativ leicht, um gut Punkte machen kann. Hoch an die 920, 940, hatten aber auch gesagt, selbst 16.000 und mehr ist da locker drin, er müsse eben bloß drüber. Sollte der sich einfach noch fallen lassen, haben wir gesagt. Wäre mir persönlich erstmal nochmal wichtig, diese Zone um 737. Da hatte ich gesagt, das würde ich mir sehr genau angucken, wäre auch für mich eher so eine Stelle vielleicht, um Long zu suchen. Und weil er von dort auch wieder gut hochdrehen könne. Ja, hochdrehen könne. Im Sinne des Pullbacks auf den Ausbruch, dann wieder zurück. Hätte so Sinn gemacht. Muss man jetzt so betrachtet sagen, eher Semi. Also festhalten können wir auf jeden Fall übers Montagshaus immer nicht gekommen. Wir haben ein klassisches Montaghoch, 1915, 1915. 1915 zwischen 19... Hallo, nochmal. Wir haben ein klassisches Montagshoch, zwischen 1915 und 1930. Waren dort nie wieder drüber gewesen. Jetzt auch zum Dienstag nochmal tiefs gerissen. Jetzt nicht dramatisch am Nachmittag nochmal durchgerissen. Aber rein von der Konstellation merkt man, dass der DAX eine rote Wochenkerze im Nacken hat. Ja, also die aktuelle ist jetzt auch wieder rote. Wir sind hier eröffnet. Das heißt, alles was unter 87 ist, ist eine rote Wochenkerze. Mensch, ich kann heute nicht sprechen. Zu viele Schmerzmittel interessiert. Unter 87 rote Wochenkerze. Die Wochenkerze ist jetzt rot. Die vorherige Wochenkerze war auch rot. Wir hatten gesagt, mit der roten Wochenkerze im Nacken sollte man eben am Dienstag genauer hingucken, was er denn nur aus dem grünen Montag macht. Ob er denn wirklich über das hoch geht oder drunter macht. Und da jetzt drunter ist, bin ich hier jetzt auch, und das habe ich gestern auch schon gesagt, unter 700 und deutlich bereiter auch wieder auf der Short-Seite was zu probieren. Das heißt, geht uns unser DAX jetzt hier auch noch drunter unter die 700. Also ich meine auch wirklich drunter. Ich meine da nicht bloß mal kurz so dranstechen, 6,70 oder was noch antippen. 6,70, 6,50 schnell antippen, direkt wieder umdrehen und zack, über 7,50 zurück. Das fände ich bullisch. Wenn wir sowas sehen, hier einfach kurz unterstief tippen, Stopps rausreißen von denen, die am Dienstag noch einen Long-Überhang hatten, die sich dann am Mittwoch grillen lassen. So ein kurzer, früherer Start in die Tiefe, 6,70, 6,50 vielleicht. Das wäre noch, ich sage mal, vertretbar. Wenn er sich schnell genug auskontert und über 7,50 wieder ansteigt, würde ich davon ausgehen, dass der Markt dann den restlichen Handelstag steigen kann. Ja, wieder zurück an die 800, 8,30 und eben auch darüber hinaus dann. 29, 9,40 sind dann eher ferner Ziele, aber das ist dann auch erreichbar, über den Mittwoch, Donnerstag, wenn er das gut gestanden kriegt. Kriegt er das aber nicht gestanden und segelt hier direkt weiter unten raus, baut hier Druck auf, da ist nicht mehr viel Support. Also guck mal, hier sind die letzten Tiefsorgungen im Bereich 6,60, 6,70. Ja, das ist dann auch die Zone, die dann hier eben halten müsste. Und darunter ist nichts, wir haben da nichts, nicht viel. Ja, und das kann dann dazu führen, dass unser DAX tatsächlich unterhalb dessen dann auch wirklich wieder bis zur Linie durchgereicht wird. Die liegt jetzt auch im Bereich um 5,75, 5,80, je nachdem, wann er dort ankommt. Ja, und wenn dann der Bereich auch nicht hält, dann drehen wir hier wieder um uns um 5,50. Da ist ja noch so ein kleiner Schusskurs, den er noch nicht bedient hat. Dann haben wir hier das vorherige Tief im Bereich um 4, was ist das hier, 4,70? 4,68 war es ganz genau. Das ist alles erreichbar. Und dann werden wir übrigens auch an der 200-Tage-Linie, ja, das ist von hier in den Schweiz. Ja, sollte man sich schon mal ein bisschen vor Augen halten, auch im Tagesschart. Jetzt die grünen Tagesschart sind hier mit einer roten ausgekontert. Da unten war die 200-Tage-Linie, die mal anzugucken. Hatte ich euch schon versprochen, dass wir das einmal sehen werden im September. Und bin mal gespannt, ob er jetzt direkt bedient und auch nochmal einen Bogen baut halt. Also, ich habe das gestern schon gesagt, für mich 737, das wird so ein bisschen für die Woche so ein bisschen die Stellschraube. Da stehen wir jetzt, mehr kann ich nicht zu sagen, kann ich nur wiederholen. Eigentlich das von gestern aufgreifen, denn im Grunde genommen haben wir nur einen Teil der gestrigen Analyse gesehen. Das war nicht viel, was er geboten hat, das war aber am Vortag auch nicht. Am Vortag irgendwie das Spiegelbild dessen, was wir hier gesehen haben. Ja, wenn man das Gap mal mit reinrechnen würde in die Bewegung, was dann hier am Morgen passiert ist, ist eigentlich genau das Gleiche, passiert bloß andersrum. Ja, also auch vom Ablauf sehr, sehr identisches Bild, nur gespiegelt. Ja, also ich würde zum Mittwoch, wie gesagt, kleiner Start in die 670, 650, fände ich schlimm. Aber alles, was da richtig Druck und richtig Krawall macht, das sehe ich eher auf der Short-Seite. Auch wer Short-Seite drin hat, ich glaube nicht, dass ich die unbedingt realisieren würde. Ich würde mir angucken, wie er am tief anspringt und wenn nicht, dann halten, gucken, dass man tiefer kommt. Ja, und ich würde aber, glaube ich, auch über 67, 57 erstmal rausgehen. Ja, erstmal mich wieder darauf einstellen, dass er höher zurückrudern kann und ihm den Platz lassen. Denn, das muss man auch sagen, wir sind ja noch außerhalb des Abwehrstrends und bis jetzt letztendlich nur den Pullback aufs Ausbrüstenwo gemacht. Ja, sind jetzt hier nochmal zurück. Zwar nicht ganz so gerade, aber das ist ja vollkommen okay. Das ist der Bereich, den wir sehen wollten, den haben wir bekommen. Und wollen wir nicht schlechter reden, als er ist. Na, dann hätte er auch schon tiefer fallen können, hat er nicht gemacht. Hat den ganzen Tag die 700 verteilt. Ich bin ein Bekloppter. Und sollte man ihm auch anrechnen. Ja, gut. Ich würde es dabei, ja, damit dann hier dabei belassen. Wünsche euch viel Erfolg am Mittwoch. Ja, gutes Gelingen. Viel Erfolg. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.